Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir drei Aktien von der 10x Watchlist. Wir kommen zu NVIDIA, aktuelle Marktkapitalisierung 1,2 Billionen US-Dollar, ein Kurs-Umsatzverhältnis von 27, ein aktuelles KGV von 65 bei einem erwarteten KGV von 24. Bei NVIDIA schauen wir uns direkt die aktuelle Preis-Action an und vor allen Dingen insbesondere auch die Preis-Action, die wir am Freitag hier gesehen haben bei NVIDIA. Wir werden im Marktbriefing morgen oder am Montag darüber sprechen, dass am Freitag mit den milden Gewinnmitnahmen durchaus erste größere Aufwärtstrends jetzt in Gefrageraten potenziell sogar gebrochen sind. Bei NVIDIA haben wir eine ähnliche Preis-Action gesehen. Wir hatten einen Intraday-Abverkauf um knapp 2,4%. Allerdings muss man dazu sagen, haben die Marktteilnehmer NVIDIA zum Handelsende über 495 US-Dollar gekauft und damit auch einen Tagesschluss gesehen über dem übergeordneten Aufwärtstrend. Es gab hier bereits schon mal eine Verletzung, das war Mitte Dezember, danach gab es nochmal deutlich mehr Aufwärtspotenzial. Jetzt am Freitag wieder eine Verletzung. Aktuell allerdings der Tagesschluss drüber. Das müssen wir ganz genau beobachten. Von der gesamten 2022er Downside ist hier auch exaktes 161er Extension und dass diese 495 bis 500 US-Dollar wichtiger Widerstand sind, das wissen wir nicht erst seit heute. Das wissen wir hier im Rahmen von diesem potenziellen Triple Top im Chart seit August 2023. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie NVIDIA ins neue Handelsjahr starten wird. Ob es hier dann direkt reichen kann für Kurse über 500 US-Dollar, wichtig vor allen Dingen hier der Bereich dann auch nochmal von 505 US-Dollar, das ist hier die wichtige Make-or-Break-Zone für NVIDIA. Dann den Bereich 519, das kann man auch nicht oft genug sagen, das ist hier nachbörslich, das inoffizielle Allzeithoch im 4-Stunden-Chart, sieht man es hier mit den Earnings, sind wir kurz auf 519 gestiegen und dann haben abverkauft, haben diese Levels auch seitdem nicht mehr gesehen und über 519 US-Dollar gehen wir dann direkt in Richtung Zielzonen, die erste ist hier zwischen 540 und 570, ich würde aber dann für ein Bullisches 2024 für NVIDIA definitiv auch Kurse jenseits 600, 620 US-Dollar hier für denkbar halten und wer sich ein bisschen auch mit Harmonix auskennt, der weiß wie wichtig das ist, dass dieser Aufwärtstrend hier intakt bleibt, denn ansonsten haben wir hier ein ganz klares Doppeltop in einem Aufwärtstrend, ein potenzielles Dragon-Setup und dann wäre das Mindestziel auch mal für einen Pullback hier der Bereich um die 450 US-Dollar, ein 88er Fibonacci, also hier ein richtiges Retracement, wäre dann ein Backtest von dieser Supportzone um 400 bis 420 US-Dollar und hier auch entsprechend ein Backtest der 200-Tage-Linie bei NVIDIA darunter und vor allen Dingen unter 400 US-Dollar wollen wir NVIDIA meiner Meinung nach langfristig nicht sehen, denn wir wissen alle, wie massiv das Gap im Chart ist, was NVIDIA hier hat von den Earnings im Mai und das wäre dann für eine große Korrektur, sogar Targets im Bereich um die 300 US-Dollar, beobachtet hier mal im kurzfristigen Bild, wie NVIDIA vor allen Dingen in kommender Handelswoche starten wird, wir wollen prinzipiell keine Kurse mehr sehen unter dem Freitagstief, ansonsten aktiviert sich hier eine gewisse Korrektur, ein wichtiges Level, was wir in den letzten Wochen auch immer auf dem Schirm haben, das ist hier dann der Bereich auch um die 480 US-Dollar, das wäre die 20-Tage-Linie, allerdings muss ich dazu sagen, fände ich diesen Trendbruch hier im Rahmen von diesem Doppeltop durchaus kritisch und dann müsste man wirklich mal zumindest hier mit einem Backtest rechnen von diesen Tiefs im Bereich von 450, wie gesagt potenziell dann eben auch die Chance für eine Impulswelle zur Downside und das hätte dann hier unten die 200-Tage-Linie und Kurse zwischen 400 und 420 US-Dollar zur Folge und richtig bullisch und freundlich wird NVIDIA, wenn dieser Aufwärtstrend hier gehalten werden kann, wenn das hier ein aufsteigendes Dreieck ist aus dieser Widerstandszone 500 bis 505 US-Dollar und dem Aufwärtstrend, dann gehen wir direkt in Richtung 520 und über 520 muss man wirklich dazu sagen, da kommt die Aktie den Leerverkäufern dann wieder so richtig aus in Richtung 540, 570 US-Dollar. Wichtig dafür ist aber grundsätzlich bei NVIDIA jetzt hier kurzfristig eher keine Kurse mehr unter 490 US-Dollar. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Willkommen zu Bayer. Aktuelle Marktkapitalisierung 33 Milliarden Euro. Ein Kursumsatzverhältnis von 0,7. Derzeit unprofitabel bei einer Dividendenrendite von circa 6%. Bayer schauen wir uns zuerst im Wochenchart an und zwar im gesamten Chartverlauf zurück bis 1990 und zwar ist mir hier wichtig, dass wir bei Bayer einmal die aktuellen Levels auf dem Schirm haben. Keine Frage, wir haben hier extrem wichtige Levels getroffen, Multi-Jahrestiefs im Bereich zwischen 30 und 32 Euro. Das kann definitiv auch der Boden gewesen sein, möchte ich absolut nicht ausschließen für Bayer. Wir hatten hier eine Schulterkopf-Schulterformation im Chart. Das Target dafür wäre nochmal ein minimal tieferes Tief. Schauen wir uns gleich im nächsten Clip an, was mir hier im ersten übergeordneten Bild jetzt mal wichtig ist. Das Allzeit-Tief bei Bayer ist hier dieser Bereich zwischen 9,40 Euro und etwa 9,80 Euro. Das sind die Tiefs einmal aus 1990 und einmal aus dem Jahr 2003. Allzeit hoch haben wir gesehen im Bereich von 145 Euro etwa im Jahr 2015. Und das 88er Fibonacci eben, falls das Ganze hier wirklich ein Full-Reset wird, das wäre dann hier das Level von etwa 24,50 Euro. Und das wäre für eine potenzielle weitere Abverkaufswelle dann mein Target, falls Bayer hier nochmal mehr Downside hätte. Wenn man darf auch eins immer nicht vergessen. Klar sind das hier hochinteressante Levels, aber du hast hier eine Aktie, die zum Index, in dem sie gelistet ist, zum DAX sehr, sehr schwaches übergeordnet. Wir wissen, der DAX ist aktuell in der Seitwärtsphase im Rahmen von Allzeithochs. Das kann natürlich jederzeit scharf korrigieren und das wäre dann der Zeitpunkt, wo ich bei Bayer hier auch durchaus nochmal über tiefere Tiefs eben entsprechend nachdenken würde. Ganz klar, wenn der DAX seine Reise in den Norden fortsetzen sollte, wenn der DAX vor allen Dingen auch hier die 17.000 Punkte rausnimmt und dann wirklich in Richtung 18, potenziell 19.000 Punkte geht, dann hat Bayer hier den Boden getroffen und dann hat die Aktie natürlich sehr, sehr schönes Aufhol- und Aufwärtspotenzial. Keine Frage. Wichtig ist aber, dass man es eben immer auf dem Schirm hat, wenn man relative Schwäche kauft und deutlicher, relativ schwach als Bayer zum DAX, kann man eigentlich kaum eine Aktie haben. Dann muss man sich in Supporten eben immer im Klaren sein, wenn der Index und wenn der Markt nochmal runterkommt, dann gehen eben diese Aktien in der Regel auch nochmal ein Level tiefer und nur, dass wir hier nochmal auf dem Schirm haben, dass hier ein Kursziel ist, was definitiv Signifikanz hat, muss man hier ganz klar auch die 24,50 Euro auf dem Schirm haben, eben entsprechend das Allzeit 88er Fibonacci. Jetzt schauen wir uns die lokalen Levels noch kurz etwas genauer an und zwar sind das einmal die Tiefs aus dem Jahr 2006 und einmal dann die Tiefs entsprechend aus dem Tief der Finanzkrise 2008, 2009 und gerade das Level ist mir durchaus wichtig und da muss man dazu sagen, da ist Bayer zum jetzigen Zeitpunkt drüber. Wir haben einmal diese Zone getroffen, das waren übergeordnet die Tiefs und jetzt sind wir über den 2008 und 2009 Tiefs. Das ist der Preisbereich von 32,60 bis 32,20 Euro und das schauen wir uns jetzt hier im aktuellen Bild an. Wir haben hier seit einigen Wochen jetzt eine durchaus schöne Aufwärtsbewegung. Schauen wir uns das Ganze auch noch gleich im Tageschart an. Aus dem lokalen Abwärtstrend, vor allen Dingen hier aus dem letzten Teil des Abwärtstrends sind wir noch nicht ausgebrochen. Da bräuchte es dann auch Sinn Breakout vor allen Dingen in Richtung 38er, 50er Fibonacci. Das wären 35 bis 36,50 Euro. Wir sehen aber hier wirklich durchaus eine schöne Bodenbildung, eine schöne Erholungsbewegung zum jetzigen Zeitpunkt. Wichtig ist, dass wir hier signifikante Tiefs getroffen haben, dass wir bereits meiner Meinung nach die Aktie nicht mehr unter 32 Euro sehen wollen. Das wäre ein erstes großes Warnsignal. Natürlich wäre ein Bruch dieses kurzfristigen Aufwärtstrends hier sehr, sehr kritisch. Denn wir hatten gerade darüber gesprochen, es gibt noch mal tiefere Kursziele für Bayern. Das eine wäre das akkurate Target von dieser Schulter-Kopf-Schulter-Formation hier angesetzt an die Breakdown-Stelle. Dann wären wir hier unten im Bereich zwischen, das sind sogar 27,80 Euro bis etwa 28,90 Euro. Wobei man da dazu sagen muss, das wäre vielleicht wirklich nah genug dran, um hier trotzdem zu sagen, alles klar, die Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die haben wir abgearbeitet. Was man aber immer auf dem Schirm haben muss, gerade im Rahmen von so einem übergeordneten Crash bei so einer Aktie, das ist natürlich dann das 88er Fibonacci. Und das wären dann eben durchaus Kurse nochmal deutlich unter 30 Euro. Wie gesagt, im Bereich 24,50 Euro. Und im Tageschart schauen wir uns Bayern natürlich auch noch an. Und muss man dazu sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, seit dem Tief ist hier alles in Ordnung. Wir sehen eindeutig steigende Tiefs und auch steigende Hochs aktuell. Was wir natürlich sehen wollen, das ist der Breakout aus diesem Abwärtstrend. Das ist der Abwärtstrend, den wir auch gerade im Wochenchart gesehen haben. Und das ist hier eben dieser Bereich 38er, 50er Fibonacci. Das wären 34,90 bis 36,40 Euro. Da müssen wir raus mit der Aktie. Und dann kann sich dieser Aufwärtstrend entsprechend fortsetzen. Die darf vorher aber nochmal auch ein bisschen runterkommen. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Wir dürften hier jederzeit, und da würde ich dann vermutlich auch mal eine Tranche jetzt einsammeln bei Bayer, wenn wir hier nochmal einen Backtest sehen würden, des Levels von 32,50 bis etwa 32 Euro. Hier nochmal die 20-Tage-Linie antesten. Potenziell dieses kleine Top hier als Support abholen. Möglicherweise auch nochmal diesen Aufwärtstrend antesten. Einfach nochmal ein deutlich höheres Tief in den Chart zeichnen hier. Das wäre durchaus wichtig. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben hier unten eine Kurslücke offen. Aber aus wirklich unmittelbar bullischer Sicht sollte die oder könnte die dann durchaus auch offen bleiben. Wichtig ist, dass wir sie nicht mehr unter diesen Level sehen wollen. Also der Bereich zwischen 31 und 32 Euro, das ist jetzt hier aus bullischer Sicht der Make-or-Break-Support. Nur dann bauen wir hier wirklich weiter ansteigenden Hochs und steigenden Tiefs und können uns dann hier auch entsprechend nach oben schrauben. Denn klar darfst du im Rahmen von so einer Abwärtsbewegung solche wackeligen, vor allen Dingen Aufwärtsbewegungen niemals überschätzen. Das kann jederzeit auch nochmal eine Bärenfahne sein und das wäre dann eben Trigger für einen Abverkauf in Richtung 88er Fibonacci. Und dafür, wie gesagt, wollen wir Bayer meiner Meinung nach nicht mehr sehen unter 32 bis 31 Euro. Im Extremfall dürfte sie hier diese Kurslücke noch schließen. Das müsste dann aber wirklich als Dip-Kauf aggressiv gekauft werden. Und was wir dann natürlich sehen wollen, ist ganz klar auch der Breakout hier aus diesem Abwärtstrend. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen zu Coinbase. Aktuelle Marktkapitalisierung 41,6 Milliarden US-Dollar. Ein Kursumsatzverhältnis von 15, derzeit unprofitabel und eine Shortquote von 12,5 Prozent. Coinbase schauen wir uns zuerst im Wochenchart an und zwar im gesamten Chartverlauf. Und hier geht es primär jetzt mal um zwei Dinge bei Coinbase. Das eine ist, wir sind aus dem großen Abwärtstrend ausgebrochen und zwar mit der letzten Handelswoche vom 18. Dezember. Das war eine klare Impulskerze mit einem Plus von 18 Prozent, die gerade abgelaufen und damit letzte Handelswoche im Jahr 2023. Zeigt uns jetzt hier eine Doji-Kerze an und zwar exakt am 38er Fibonacci bei 183 US-Dollar. Habt mir das bitte mal auf dem Schirm, dass Coinbase hier durchaus ein wichtiges Level getroffen hat. Auf der linken Seite ist hier auch eine wichtige Widerstandszone. Das muss man ganz klar auf dem Zettel haben. Die geht hier potenziell bis in den Bereich 206 bis 210 US-Dollar. Man muss aber dazu sagen, man sieht hier eindeutig, wie der Markt auf das 38er Fibonacci hier reagiert bei 183 US-Dollar. Im Wochenchart sehen wir auch, dass die Aktie durchaus überkauft ist. Man muss aber dazu sagen, gerade falls das Momentum im Kryptobereich weitergehen sollte, wird meiner Meinung nach Coinbase auch weiter steigen. Ist aber auch eine Aktie, die natürlich jetzt gerade im Rahmen von dem Bitcoin-Spot-ETF hier wirklich im Rampenlicht steht. Das heißt, das wird hier durchaus auch wichtig sein. Ich muss auch dazu sagen, die aktuelle Wochenkerze testet hier gerade das Top der Bollinger Bänder im Wochenchart als möglichen Support. Das ist sehr, sehr stark überkauft. Da braucht man nicht drüber reden. Bereits auf die 20-Tage-Linie hätte Coinbase hier ein Downside-Potenzial von 10%, um hier diesen Breakout-Potenzial backzutesten, wären es sogar 15% Abwärtspotenzial. Das schauen wir uns gleich noch auch im Tageschart an. Habt das mal auf dem Schirm. Grundsätzlich ist das Momentum bei Coinbase hier noch völlig intakt. Das sehen wir auch angezeigt durch den Aufwärtstrend, der hier noch völlig intakt ist. Aber, und das darf man hier auch nicht ignorieren, wir haben hier das erste der wichtigen großen Kursziele im Bereich der Aufwärtsbewegung getroffen. Mit dem 38er, FIBO 50er wäre bei 230 US-Dollar, 61er bei 277 US-Dollar. Aber für den Moment muss man hier ganz klar mal dazu sagen, wir respektieren jetzt hier die 183 US-Dollar als wichtigen Widerstand. Sagen aber auch ganz klar dazu, wenn es hier den Breakout gibt, aus den 183 US-Dollar sind 230. Definitiv dann das nächste Ziel. Und wo wir die Aktie jetzt ungern drunter sehen wollen, das schauen wir uns jetzt im nächsten Clip an im Tageschart. Und da sehen wir schön, dass die Aktie hier buchstäblich am 38er Fibonacci reagiert hat. Die Mittwochs- und Donnerstagskerze haben leicht drüber geschlossen. Und die Freitagskerze hat jetzt bearish hier entgulft. Das muss man ein bisschen auf dem Schirm haben. Das war ein Minus von knapp 7 Prozent. Also durchaus mit Gewinnmitnahmen aus dem Jahr rausgegangen. Aber habt bitte auch mal auf dem Schirm seit Ende Oktober 165 Prozent. Und jetzt hier gerade mal ein Pullback von 7 Prozent. Ich habe uns hier mal eine Zone jetzt markiert, wo ich Coinbase jetzt gerne drüber sehen möchte, auch falls es hier eine Korrektur gibt. Und zwar ist das hier der Bereich um 150 US-Dollar. Das war hier mal der Versuch von Support im März 2022. Als wir drunter gebrochen sind, ist die Aktie sehr steil zur Downside durchgebrochen. Und zwar auch in Richtung der Allzeit-Tiefs letzten Endes. Und da sehen wir jetzt aktuell eben auch die Chance, dass wir dann hier nicht nur den Breakout aus dem Abwärtstrend als Support bestätigen können, sondern eben hier wäre auch weiterhin dann dieser Aufwärtstrend intakt. Und hier ist auch die 20-Tage-Linie ein Pullback auf 150 US-Dollar. Wäre jederzeit drin. Drunter muss man dazu sagen, müsste man möglicherweise sich das Ganze hier mal anschauen. Wird es denn dann wirklich eine größere Korrektur? Denn Coinbase hat uns immer wieder starke Korrekturen gezeigt. 40%, 42%, das hier sind auch nochmal 44% von der Korrektur im August auf die übergeordneten Allzeit-Tiefs. Dann hier ganz zu schweigen, das waren nochmal 72% vom Top. Hätte die Aktie dann hier in etwa 20% Korrekturpotenzial. Und ich muss dazu sagen, wenn das dann bullish bleiben soll, wenn dann hier auch Targets drin sind von 230, potenziell 280 US-Dollar, dann muss man dazu sagen, dann muss dem Markt auch hier eine 20% Korrektur reichen, um wieder bullish zu werden auf Coinbase. Diese Zone lassen wir jetzt mal im Chart für eine mögliche Korrektur bei der Aktie. Und wie gesagt, ganz klar, wenn das jetzt hier ein sehr, sehr flacher Dipp werden sollte hier in diesem Bereich, sobald die Aktie über die 183, 185 US-Dollar ausbricht, das lokale Top, was wir gesehen haben am Donnerstag, war 187 US-Dollar. Dann hat sie hier direkt weitere 20, potenziell sogar 48% Aufwärtspotenzial zurück. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonniere auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.